Musik Und als der nächste Krieg begann, da sagten die Frauen Todesreich. Heute, fast auf den Tag genau vor 45 Jahren, trafen sich zahlreiche Menschen aus Ostwestfalen-Lippe und darüber hinaus hier am Gräberfeld des sowjetischen Soldatenfriedhofers in Stukenburg. Zum mahnenden Gedenken, wie es im ersten Aufruf hieß. Das lose Personenbündnis, das die Gedenkfeier organisierte, wollte sich nicht damit abfinden, diese Städte faschistischen Verbrechens dem allmählichen Vergessen preiszugeben. Musik Der Antikriegstag findet zum 45. Mal in der Senne am Gräberfeld des sowjetischen Soldatenfriedhofers in Stukenburg statt. Gerne gebe ich jetzt das Mikrofon an den Kollegen Michael Sommer weiter. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, weil Sie sehen können und auch berichten können, dass ganz offensichtlich es in diesem Land nicht nur eine Kultur des Wegschauens, des Wegsehens, des Verdrängens gibt, sondern eine ganz intensive Kultur des Hinschauens, des Dabeiseins, des Nichtvergessens, der Trauer und der Mahnung. Und was mich besonders freut, ist, dass unter uns Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines von der Gewerkschaft Jugend organisierten Zeltlagers ist, das sozusagen diese Tradition wach hält. Und ich bin wirklich stolz darauf, derzeit Repräsentant einer Bewegung zu sein, die sich eins nie vorwerfen lassen muss, nämlich, dass wir nie an der vordersten Stelle gestanden hätten im Kampf gegen Krieg und Faschismus. Ich bin stolz darauf, dass wir sagen können, bei alledem, was uns auch intern trennt, bei dem, was uns auch alles intern möglicherweise unterschiedlich Blick werfen lässt, auf Syrien oder Afghanistan. Wir waren diejenigen, die immer gesagt haben, Krieg ist nie eine Lösung. Und wahrscheinlich deshalb, weil wir natürlich erfahren haben, dass zum Schluss die Völker gegeneinander in Kriege geführt wurden, aber die Völker nie die Feinde waren, sondern die Völker für andere die Kastanien aus dem Feuer holen mussten und zum Schluss immer es die Arbeiterinnen und Arbeiter, die kleinen Leute waren, die die Zeche bezahlt haben, den Blutzoll bezahlt haben und die Kriege bezahlt haben. Wir haben keine Lechtenfeind, wir haben keine Lechtenfeind, wir haben keine Lechtenfeind, Nein. 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 Ja. Vielen Dank.